Musik Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Survival Evolved Mit dabei ist der Roman Hallo Und heute, komm mal hier ein bisschen nach draußen bitte Leute, was ist denn mit dem da hinten los? Ach ja, war wieder so klar, alles klar Aber das war es mal wieder komplett Was ist mit dem hier im Wasser los? Das ist ja unser Was macht er denn hier hinten? Einer von der Selbsthilfegruppe Na, komm mal mit hier, mein Kollege Oh, sorry Der muss natürlich auch nach hier hinten Alle anhalten, alle neutral So Leute Wisst ihr, was wir heute geplant haben? Ich auch nicht Und was ist weg? Mein Glas, wo mein Wasser drin ist Äh, bist du zwischenzeitlich nicht mal gestorben oder so? Ja, ich heb doch immer wieder alles auf Hm Boah, jetzt finde ich wieder das nicht ARK Betäubungspfeil Nee, nicht der Schockner Der Betäubungspart Was ist denn mit dem? Ich guck doch mal, was man dafür braucht Bei mir gehen bald die Falle aus Ich glaube, ein Rabe sind noch 100 oder so Das kann sein Ja, Rabe hat noch 100 Ja, da sind sie denn Warte, ich starte die Aufnahme einfach noch mal Von vorne Och man Das Handy Und ich starte noch mal schnell die Zeit um Wieso hat Rabe Eine Lunge Von einem Uranosaurus Darüber reden wir gleich Vier Äh, warte Und damit herzlich willkommen zurück Zu ARK Survival Evolved Mit dabei ist der Roman Hallo So, und deine Frage war Warum Rabe plötzlich Äh, ein paar Herzen von Lungen Lungen Von New Tyrannosauren hat Ja Vielleicht, weil ich ein bisschen im Schneebiom rumgeflogen bin Und wir dabei ein wenig getötet haben Mhm Fällt gerade auf, mir wird schon wieder nicht meine Hand angezeigt So, jetzt Ja, jetzt wird mir die Hand angezeigt So Wir wollen diese Folge uns an einem Brontosaurus versuchen Und heute unten ist ein Pullover Also ich nenne die Fiecher nur Pullover Und der greift sogar Bären an What the fuck, ist der dumm oder so Ah, ich sehe nicht Danke, lass mich fallen Ich habe dich fallen gelassen Ja Das tut mir leid Ich habe die falsche Tasse für Fallschirm gedrückt Ich habe X anstatt Fallschirm gedrückt Uff Jetzt bin ich fast tot Oh Sorry, fallen lassen wollte ich dich nicht Oh, die Tranked Arrows sind aber auch so unglaublich schwer Ich bin schon wieder überlastet Du kennst dich doch ein bisschen aus Wo leben denn Brontosauren? Ich kenne mich null aus Diese Antwort hatte ich bereits geahnt Also ist das dann Ne, das ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Duplo-Dings Ein Duplo-Saurus? Ja Werbung ist am Start Oh nein, meine Duplo-Schachtel ist runtergefallen Ja, wir können nicht aufhören diese Geschichte zu erzählen Alles begann Einer meiner ersten Videos, die ich machen wollte Die ich zumindest mit anderen Leuten aufnehmen wollte Und das war Zu meiner Schande eine Fortnite-Folge Und da oben ist eine Explorer Note Auf jeden Fall Ich starte die Folge Oh ne, da vorne sind die Nuss Und sag extra noch Yo Keine Werbung für irgendwas machen, ja? In dem Moment Oder ist ein Tericino Komm, lass mal den zählen Und in dem Moment lässt er den Duplo richtig lauter Oh nein, meine Duplo-Schachtel ist runtergefallen Es war auch nicht mit Absicht Das ist das Schlimme Er hat einfach instant vergessen wieder, was wir gesagt hatten Oder abgemacht hatten Ich bin so ein richtiger Duli Ah, 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 ah Nicht ins Wasser Nicht ins Wasser Kollege, nicht ins Wasser Ab diesem Moment werde ich auch aktiv Rabe mitkommen Ich hab das Gefühl, ich bin viel Aua Der Typ ist bei mir Aua Das nächste Mal machen wir einfach nur Wieder so, dass ich einfach am Raben hänge Okay Ich hab der ist hinterm Baum Hinterm Felsen verschwunden Und dann kam er von der anderen Seite wieder Und hat mich einfach weggefetzt Ich merke schon Das ist ein richtiges Agro-Kind So Nieder mit der Tyrannei Ich glaub, meine Brust kaputt ist Ich mache mit bei der Rettung der Erde Dinosämen Pflanzen kaputt machen Bäume abhacken Mal ein paar Beeren sammeln Weil wir lassen den hier wieder stehen Nicht, dass der dann irgendwann verhungert Und vor allem brauche ich Beeren für den Bronto Und dann müssten wir bald auch eigentlich unsere 20 Dinosaurier zusammen haben Die wir mit in die Bosskämpfe nehmen Dann bräuchte ich nur mal vernünftige Rüstung Vernünftige Rüstung machen wir später, wenn ich so weit bin Dann lerne ich einfach die Swat-Rüstung Und dann mache ich für uns beide Swat-Rüstungen Dann brauchst du was nicht lernen Weil mein Pulli ist gerade kaputt gegangen Das ist nicht gut Aber ich habe ihn wieder repariert Man brauchte nur 20 Fasern Ich hatte übrigens auch eine bessere Hose gegeben Und einen besseren Helm Einen Schittim-Helm und einen Flank Flank-Hose Habe ich nicht Müsstest du aber haben Habe ich nicht Na doch Nein Doch Nein Doch Habe ich nicht Na definitiv Nein Na doch Geh mal auf deine Hose und drück mal Viereck Eine Flak-Hose Ah das sind nur Das sind nur Skins Oh wow Und der Pulli ist einfach so ein Stoffhemd Ja Na guck mal was ich anhabe Na warte Ich bin unspektakulär sein Vater Da eine komplette Eisenrüstung Ja Mehr war halt nicht mehr drinne für dich noch Ich dachte du machst mit deinem Ankylosaurus so Ultra 4 Eisen Ja aber glaubst du ich hatte gerade so viel Platz das mitzunehmen Auch bin ich wieder irgendwann überlastet Und Rabe Ja du hättest ja noch Rabe Was kann ich denn auf ihm nicht stehen T-Rex stehen geht auch auf ihm stehen geht nicht Du stehst halt nicht auf T-Rex-Sauuren Weibchen Nur auf T-Rex-Weibchen Bei Rabe ist Gewicht nur Hälfte Ey weg hier Schnapp ich mir Schnapp ich mir die Schlampe Mach ich kalt Junge Wo ist sie? Na komm friss nochmal T-Rex-Sauures Dame Jawoll Du bleibst auf jeden Fall hier Und jetzt suchen wir uns einen Brontosaurus Yes Gracias Jetzt hab ich dich geschnappt Bevor ich komplett neben dir war Und hinten ist noch ein Event Raptor Sieht ganz cool aus Der Theriotosaurus unter uns Oh hast du den dahin gestellt Den Theriot habe ich da stehen lassen Oh ok Ist wieder so eine Sache Wo wir später abholen Kannst du mal bei Bei Juge eingeben Brontosaurus Arc Und dann wird deine offizielle Wiki Seite angezeigt Und dann ist deine Map Von der Island Wo angezeigt wird Wo die nehmen Und da ist ein Alpha Kano Und meine Fresse ist er groß Das ist übrigens der vierte Alpha Kano Auf dieser Map Allein drei sind im Redwood Biom Zwei am Strand Einer In den Bergen da Stimmt es gibt doch eine Bronto Insel Warte mal Ich bin komplett blöd Da fliegen wir doch glaube ich gerade drauf zu Ist das nicht Long Bay Bronto Island hier? In der Nähe unserer Base Gibt es Long Bay Bronto Island aber ich sehe keine Brontos Das Einzige was ich gerade merke ist dass ich ganz dringend mal auf den Potten muss für kleine Ware und Oh hier ist schön Digga Guck dir das mal an Siehst du das? Und ein Tech Para Kann man hier irgendwie angehen? Schade ich dachte hier wäre vielleicht ein Höhleneingang Oh wie lange geht die Folge noch Digga Noch 24 Minuten Wie soll ich denn das aushalten? Entweder beweise ich jetzt dass ich eine Blase aus Stahl habe Oder ich bin eine Pussy und gehe für kleine Warrons Aber ich glaube ich aktiviere gleich den Pussy Mode Ja, also gelb Also orange ist so überall am Strand so Osten und Süden Okay Überall und oben rechts ist dann rot Geholt Okay Pass auf ich pausier mal schnell den Timer und gehe mal kurz für kleine Warrons Okay Bis gleich Keine gute Blase Ne Der Superheld für Mensch und Kittier Leul, guck mal unten die Eventual-Kritte an Warte Ja Ja Sieht ziemlich cool aus Longneck Bay Hier ist also kein Pronto Weil wir können auch auf die Pronto-Insel Auf die Insel der Landstor Lernst du mal kurz anhalten Warum? Ich kann nur das nicht Du musst nicht landen Du musst nur in der Luft anhalten Ich kann nur das Inventar von Rao öffnen wenn er stehen bleibt Ah ne Ah ne Das ist sogar nicht Ja Das ist bei mir Ich könnte auch auf die äh Neue zwei äh glas gebaut Alles klar Das war gar nicht weg Auf Herbivore Island könnten wir fliegen Aber das wäre so blöd weil das da mitten im Ozean ist da wollen wir nie wieder zurückkommen Mit dem Pronto Mit dem Pronto Könnte man auch mal vorbeigucken gleich Ich seh nur wie du wieder irgendwas abwirfst Hey ich bin schon wieder so fit Ja ich aber auch es ist voll komisch Das Terminal für den Drachen Und diese Insel darf mich jetzt nicht enttäuschen Aber ich glaube sie enttäuscht mich Lol gleich neben uns Ich bin's Blindbart der Pirat Sogar einer der alleine ist Das war noch an einem so schönen Ort Jenem welcher dieser ist Oh ich werd nurmals auf den Berg landen können oder? Kann ich Aber ich fahr natürlich runter oder? Ne Let's go der Hase Woah Woah Ich glaub der dicke Junge ist stuck Voll in die Fresse Ich glaub der dicke Junge ist stuck Nein mein Gewehr ist kaputt gegangen Oh really? Ja Hattest du mir nicht mal mehr Gewehre gegeben? Weiß ich nicht Die sind auch alle weg Warte komm schnell her komm schnell her Ah fuck Oh fuck it Ich hing an den Baum fest nice Alter Er rett ne Schneise durch den Wald Ich bin einfach sofort weggelaufen Ich hör den gar nicht mehr Oh Gott nicht hier runterfallen Das wär blöd Ich hör doch nur irgendwas auf mich zustampfen Das ist wahrscheinlich der Bronto ne? Ja Sogar höchstwahrscheinlich der Bronto Mastags des miese Misfier alter Ok er rennt schon von mir weg Ich denke er ist gleich down Ich hab ihn bewusst losgeschlagen Und so solot man übrigens einen Brontosaurus Ja genau solot Ich hab ja die Vorarbeit gemacht Boah das ist im finalen Schlag gesetzt Sagen wir's so Ok da hilfst du mir beim Bären sammeln Bitte Der Pego Mastags eben Hat mir schon wieder alles weggeklaut Dumme Mistvieh Oh hier oben ist ne Explorer Note Die ich mir gleich angucken werde Wo ist ne Explorer Note? Da hinten auf dem Hügel Ok der brave Junge frisst Nicht so weit weg hier vorne gleich Nein Also glaub ich zumindest das dann ist Nein! Ja hier ist einer Ok Oh ja über den Pachy Rhinosaurus Wieder so ne coole von Helen Walker Helen Walker Helen Walker Helen Walker Von Helena Mach ich natürlich Neues Level Rabe Rabe Nach da hinten Ich bin immer wieder erstaunt wie dumm Rabe ist Man sagt ja Raben sind schlaue Tiere Wenn ich Rabe so angucke bezweifle ich das Eigentlich wollten wir ihn ja hinrichten Eigentlich wollten wir ihn hinrichten Ja das stimmt Aber ich hab hier Mitleid mit dem Raben Alles klar Bronto ist gezähmt Die hießen nochmal der Typ aus einer weit entfernen Welt Der Dino da Keine Ahnung Scheiße Meinst du diese Kinderserie oder was? Ja Das ist in einem Land vor unserer Zeit In einem Land vor unserer Zeit Littlefoot Keine Ahnung ob ich das richtig schreibe Eine Littlefoot Kleiner Fuß Ja Ist das ein Bronto-Männchen? Ja Nice Alles klar, jetzt haben wir ein Bronto gezählt Den müssen wir auch irgendwann nach Hause bringen Das wird sehr sehr interessant eines Tages Okay ich kann ein Scharfschützengewehr herstellen Beziehungsweise ich hab's hergestellt Mhm Mhm So, nächstes C Was wollen wir als nächstes zähmen? Also ich würd gern Eisen haben Eisen würde der Junge haben Dann fliegen wir Dann fliegen wir straight back zur Basis Und ne neue Flinte brauche ich auch Wohl weißt du was? Der Bronto ist eigentlich relativ nah Ach scheiß drauf ich bring ihn außerhalb der Folgen hierher Mhm Warum esse ich jetzt was mit mir los, Digga? Ich hab am Anfang von äh So 15 Uhr habe ich mir auch ein Eis reingezogen Vor allem hat das Problem Mein Kiefer knackt jedes Mal so ganz ekelhaft Wenn ich zu äh Wenn ich zu beiße Das ist voll nervig Ich weiß nicht warum das jetzt mal knackt Wie ist da ein Tor im Wasser? Ja das ist ein Gate für den Megalodon Und da soll noch ne Brücke drüber führen eines schönen Tages Ich lass dich mal hier runter Kann ich gleich mal hier die Lage checken Okay wenn du Eisen und sowas brauchst Dann fliegen wir gleich mit Rabe und dem Ankylosaurus Mal in den Vulkan rein Oder auf Berge Haben wir hier in der Base nicht noch Eisen? Ich weiß nicht Oh der Stego hat mal äh der Stego Der Spino hat mal wieder ein Ei gelegt Da war Noah Brave Noah Ja Noah ist die Frau Scheiß drauf Wir reden nicht drüber Ben Ich kenn keinen Ben Doch ich kenn einen Ben Aber ich mag ihn nicht so sehr Ich kenn ihn halt nur Ich kenn ihn halt nur flüchtig Das ist halt nur ein Kumpel von einem Kumpel Ihm hab ich halt wirklich nichts zu tun Ey JJ Hallo Tech Und was ist das schon ein Sattel für den Für den Tech Jawohl Hab ich Man kennt mich doch Der fleißige Der fleißige Der fleißige Der fleißige Der fleißige Ah mir auch Der Typ wie der sich aber auch anhört die ganze dieses Ich zieh nur meinen Rock an So Das find ich unglaublich Das find ich unglaublich immer noch verdammt heiß Ja Klimawärmung und so Du mit deinem Rock alter Kann ich da eigentlich unter den Rock gucken Ne ich hab noch so eine andere Hose an Oh schade Und anscheinend hab ich auch kein Genital Weil das Genital Das Genital Das Genital Das Genital ist wahrscheinlich schon Längst von meinen Oberschenkeln zerquetscht worden Ja Gucken ob wir hier noch Eisen drin haben Ja hier hab ich Eisen schon mal Ja hier sind auch noch mal Hier sind über 100 Eisen Das klappt doch Über 200 Eisen Ungedings oder schon gedingst Schon gedingst Alter Brauchen wir doch nicht nochmal losfliegen mit ihm Ah Nimm nochmal alles mit Ich bin immer noch nicht fett Obwohl ich über 100 Eisen dabei hab Eine Werkbank hier im Lager ist nicht oder? Äh In dem Lager hier Doch hier hinten müsste eine sein Ne hinten ist keine Aber du kannst auf Raben drauf springen Der hat eine Werkbank in sich Also kannst du den Sattel als Werkbank verwenden Okay Ah ne jetzt bin ich überhaupt gestiegen So Sag mal wo ist denn dein Bloodstalker? Der was? Der Bloodstalker Keine Ahnung Keine Ahnung Was ist denn das? Das kleine Mistvieh was du immer dabei hattest Jetzt Achso Äh Den hab ich nicht wieder rausgepackt Also das wär nirgends Das ist jetzt nicht dein Ernst Roman Weißt du wie fucking selten die Dinger sind? Der sieht so hässlich aus Der schreckt mich jedes Mal Der schreckt mich jedes Mal Das sind die fucking selten die scheiß Viecher sind Oh Gott So jetzt hängt der in mir dran So jetzt hängt der in mir dran Wieder Das ist super Das ist super Das sieht auch nur minimal eklig aus Oh Gott Oh Gott Was denn? Ich hab mich erschreckt Nicht dein Ernst Doch vollem Noten Geräusch Ohhhh Alles klar Hast du Schießpulver? Nee Fuck Nicht mehr Ich hab ja so viele Darts gemacht So viele Pfeiler Da hatte ich irgendwann nichts mehr Ich weiß nicht Wollen wir die Nordexpedition Fingern 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 ich würde zu schulden lassen ausreichend gern schon an den daraus wieder Agenda was von der Tier so generell die ganzen die uns auch immer jetzt langsam zusammen pfeifen wie macht man eigentlich Schießpulver Prozent kein Plan aus dem Kopf weiß ich das nicht Hi Roman Hallo Ich hoffe mein riesiger Kopf in der Wand stürte ich nicht Nein Warte ich muss kurz nochmal Eisen holen und dann gucke ich mal ob ich mit dem Quetzal unsere ganzen Terezinosauren alles wegzusammeln kann Nein Ich fliege mit Rabe Ah ok Schießpulver macht man mit ein Holzkohle und ein Zinnpulver Ja kann sein dass es so war Ja ich habe nachgeguckt Ja ich habe nachgeguckt Ich habe eine Kette um mich zu bewegen Das ist ein Problem Das ist ein Problem Ach so ein Ankylosaurus ist schon was cooles Und dann Warte 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 was brauchen die nur mal Hotel Bayern und Pilz Uh das oh Oh Gott. Das wird teilen. So. Ah, das muss in der Werkbank repariert werden. Scheiße. Das könntest du auch mit einem Ankylosaurus machen. Echt? Hat er das auch, so eine Werkbank? Ja. Wieso haben die denn alle eine... Lass mich auf dich aufschauen. Also er müsste es haben. Nee. Mich? Also ich sehe hier nichts. Okay, dann... Komme ich mit Raben nochmal. Ich wollte mal an der Ankylosaurus hätte das auch. Nee, hat er nicht. Okay, lol. So, dann muss ich die ganzen kaputten Rüstungsteile... ...muss ich dann in Rabe reinpacken, ne? Ja, musst du. Okay. Dieses Geräusch von Quetzal, Alter. Dieses... Ach, das muss doch XP geben, oder nicht? ist wie kann ich das in den barrieren das musik drücken du musst zweimal sind auf das was kaputt ist drauf drücken wenn du alles hast ja mit was welche taste oder der drops ist mir einfach mal ich probiert damit da kann ich das dann in meinen moment dann drückt mal r1 da gehe ich hier nach ganz oben dann habe ich keinen plan zu sehen jetzt mal angucken so drop mal ich habe es alles im raum drin. Okay. Alter, 4 Level. Oh, warte. Ich dropp's gerade. Lol. Warum kann ich das mal einfach... Der Rabe? Das ist sehr freundlich, Ankelo. Danke. Aber ich brauche meinen Rabe. Rabe. Dankeschön. Haaa. Ich hab absolut keine Ahnung, warum das nicht geht. Äh, pass auf, da fliegen wir in den Norden zurück. Weil da haben wir ne Werkbank. Weil da haben wir ne Werkbank. Äh, pass auf, da fliegen wir in den Norden zurück. Wie kannst du denn hier keine Werkbank haben? Tja. Weil ich alles über Rabe gemacht habe eigentlich. Na gut, bis zur nächsten Folge. Haut rein und bleibt gesund, Leute. Man sieht sich. Tschüss. Fünf, hier. Tschüss. Ich bin hier.